Hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play Euro Truck Simulator 2, den letzten Part dieser Aufnahmesession. Und nicht der letzte Part des Spiels überhaupt. Dieser Part wird nur so um die 10 Minuten lang sein, ich kann nämlich langsam nicht mehr reden. Obwohl ich gerade wieder mal 5 Minuten Pause gemacht habe. Es ging einfach nicht mehr. Es geht einfach. Es geht einfach nicht mehr. Mal sehen, ob ich diesen Part noch durchreden kann. Obwohl ich bezweifle, dass er nicht einmal Wasser bringt mir was. Deswegen wird dieser Part wieder etwas ruhiger sein als der vorige. Ich mag meine Stimme schonen, brauche ich sie auch noch. Beim Vergleich, je mehr ich rede, desto mehr kann ich ja auch später dann reden. Ist eigentlich doch was Gutes. Da kommt wer auf mich drauf an. Ob ich will. Aber trotzdem wird dieser Part nur 10 Minuten lang sein, sorry. Auch damit müsst ihr euch mal abfinden. Ja, ja. Boah, eine Woche nicht aufnehmen, sagst du. Nächsten Mittwoch. Das ist ja sehr, sehr was. Ich will jetzt mal sehen. Ich will mal sehen. Ich will mal sehen. Vielleicht kommen ja noch andere Projekte dazwischen. Dazwischen rein. Dann auch wieder zum reden ist und, 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 und. Bin sicher in zwei Stunden geht es mir dann wieder faulhaft. Dann kann ich dann wieder reden. Dann kann ich wieder ein paar Stunden durchreden. Durchquatschen. Ja, so ist das eben. Das Leben. Wann vielleicht das nächste Mal Englisch? Ich mag mal sagen, wann ich das nächste Mal Englisch habe. Boah. Wenn ich nicht genial bin. Mö. He. Ja. Okay. Bin ich genial bin oder nicht? Ja, ja. In einem bestimmten Sinne sind wir auch nicht genial, übrigens nicht. Ich hab's geheißen, dass der Kollege, Kollege Sauron Hopper, da weiter aufnimmt seine Videos, aber es schaut mir aus, als ob er mit mir zu schaden hört. Ich hab nicht so recht aufgepasst, in welchen Intervallen seine Kommentare kommen. Aber wenn es in 15 Minuten Intervallen sind, ist es mir auch recht. Dann bin ich zufrieden. Dann bin ich zufrieden auf ne Zeit, morgen war wie wieder 10 Stunden. Ja. Es senkt die Laune etwas mehr, nur nicht allzu viel. Mittwoch wird es glaube ich der Aufnahmetag, ja. Das mit dem Cyberborg. Ja. Da war noch absprechend. Obwohl der dann auch unseren Stundenplan als wir. Der ist bis jetzt noch nicht online. Na mal drauf. Vielleicht wird dir was. Ah ja. Höhöhö, du sollst den von der People Ave drauf zu kommen? Es macht life Ос Capital sense Pickering, trong 14 kraft asks der rewardinger Toll. Tzienie ss. genial genialus kigabyte Kattu Stechu gunter Bob er wird sein Buch Sieber holt aber er will über das ist ein einzig dass bietkern oben aber einig vorreden so langst du koweit war ja 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 Huuu Erlangs da LKVs ist es egal Da Sammau war instant abgebremst Jaja Das lieb mal strak ist Eigentlich relativ sink Jaja Man möchte ja nicht mehr als LKV voraus in seinem fetten LKV sitzen Ja Und schön herumkurven Durch die Weltgeschicht Und noch 70 mal instant an Radarfall Aber nichts mit uns Freunde Nichts mit uns Mit uns machen wir Saks Waal Stamp Blink 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 Blet Blink 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 Stittl colocar 생각을 Quilli Ich bin schief. Oh Gott. Naja, wenn ich zum Singen anfange. Dann geht's ab, wenn ich singen anfange. Fangen, 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 fangen. Fangen. Ball fangen. Autoreifen fangen. Nein, nein. Weißt du, meine, wir werden kein Autoreifen fangen. Weil es wäre eine coole Idee, Autoreifen weitschmeißen. Oh, schau, die EGV. Die EGV. Es ist ein Zug in dem Spiel. In German Truck Simulator hat es den tonnenweise gegeben. Du hast alle 10 Minuten ein Zug gesehen. Nur in dem Spiel ist es nicht so, wie es ausschaut. Aufmerksamkeit. Vorhin wieder Mautstation, sagt das Navi. Maut, 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 Maut. So. Runter sollten. WAAH! Fuck. LKW ist egal. Fracht nicht. Und der hat die Wiese vorn wir. Zwei Prozent Schaden auf der Fracht. Das tut mir jetzt voll im Herzen weh. Oh je. Sollen wir endlich wieder mal zusammenreißen. Besser vorn. Mit dir zu leicht ablenken lassen. Wohl. Nur ist ja nicht für was mir oplenken könnte. Zurückfalten. Nichts bremsen. Ich bin darf. Ich nix kommen berghoch. Wir sehen Borg. Ja, die Wiese der Schutzfelden, da geben sie sich. Abonnieren Sie den Kanal. Ah, nein. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Der aktiviert ihre Firewall. Und lasst sie wieder auf ihren Computer. Widerstand ist zwecklos. Aie, aie, aie. Oh, Gott. Das stimmt aber nicht mit mir. Ja. Aber ich weiß, was stimmt Dass die Zeit schon fast wieder vorüber ist Ach, 10 Minuten Geht ja so schnell Ja, ja In der Brücke bleiben wir stehen Nicht ganz in der Brücke Danke fürs Zusehen Wir sehen uns im nächsten Teil Beziehungsweise in einem anderen Spiel Bleibt treu, abonnieren Und ich bin jetzt raus Und ich bin jetzt raus